Willkommen hier am Lohngreenhaus zu Graubhaar, welches sich auf halbem Wege von Dresden in die Sächsische Schweiz befindet. 1846 konnte ich bei meiner Direktion einen dreimonatigen Sommeraufenthalt hier in diesem lieblichen Bauernhause in Großgraupen bewirken. Auf meinen weiten Spaziergängen mit meiner Frau und meinem Hündchen Peps, durch den Libetaler Grund auf dem Boersberg und zur entfernteren Bastei, fand ich wieder Stärkung meiner etwas angegriffenen Nerven. Dabei gingen mir die rosinischen Melodien des Wilhelm Tell zu meiner Pein lang nicht aus dem Sinn, da ich selbiges Werk zuvor erst dirigierte. Umso überraschter war ich, in dem Flussbade bei Pirna von einem Baden die Melodie aus dem Wilgorkor meines Tannenhäuser zu hören. Das erste Anzeichen einer beginnenden Popularisierung des sich in Dresden nur schwerlich durchsetzenden Werkes. So gelang es mir dann doch, die Musik sämtlicher Traakte des Lohngreen, wenn auch nur unser flüchtigen Umrissen, zu skizzieren. In diesem idyllischen Örtchen gibt es seither einige Hinweise auf mein Tun. So gibt es hier eine Gedenkstätte mit Park, einen Wagnerweg und hier steht auch das größte Denkmal von mir. Musik 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 Amen.